Marco Reus ist zum Nationalspieler des Jahres 2018 gewählt worden. Der 29 Jahre alte Offensivspieler von Borussia Dortmund erhielt beim Voting des Fanclubs Nationalmannschaft auf DFB. 33,9% der abgegebenen 89.928 Stimmen. Knapp hinter dem 37-maligen Nationalspieler rangierte Vorjahressieger Joshua Kimmich Bayern München mit 31% der Stimmen. Auf Platz 3 landete Leroy Sanne, Manchester City Schrägstrich 10,3. Bei den Frauen hatte Svenja Huth von Turbine Potsdam die Wahl ebenfalls mit 33,9% für sich entschieden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017